Wann hast du das letzte Mal eine Mannschaftsliste erstellt? Eine gute Mannschaftsliste mit Fotos und allen wichtigen Kontaktdaten deiner Spieler? Eine Sache ist klar, wenn du eine solche Liste brauchst, willst du es gut und richtig machen. Hallo, mein Name ist Frank von Torwurf.de. Ich zeige dir, wie du eine tolle Mannschaftsliste in wenigen Minuten erstellen kannst. Bei Torwurf.de unterstützen wir dich als Handballtrainer dabei, deine Mannschaft zu organisieren. Torwurf.de ist dein persönlicher Handballassistent. Schau dir an, wie einfach es ist, eine Mannschaftsliste zu erstellen. Als erstes erfasst du die Spieler. Wenn die Spieler bereits bei Torwurf erfasst sind, ist es noch einfacher. Und dann druckst du die Mannschaftsliste. So einfach ist das. Ich lade dich ein, Torwurf.de für deine Mannschaft zu entdecken. Das geht ganz einfach. Registriere dich bei Torwurf.de. Und das Beste, Torwurf ist kostenlos. Wir freuen uns darauf, dir zu helfen, eine tolle Mannschaftsliste in wenigen Minuten zu erstellen und dir einen Assistenten an die Hand zu geben, der dich bei vielen weiteren Aufgaben unterstützt. Damit du dich darauf konzentrieren kannst, was du willst. Deine Mannschaft zu trainieren und erfolgreich zu coachen. Viel Spaß und Erfolg mit Torwurf.de